In diesem Video geht es um Kalendergeschichten. Ich erkläre dir, was das ist und was du darüber wissen musst. Kalendergeschichten, schon mal gehört? Das ist ein Wunschvideo für Redam. Und jetzt geht es auch schon los. Kommen wir zum Punkt Nummer 1. Was sind Kalendergeschichten? Kalendergeschichten sind kurze Erzählungen, die unterhalten sollen und leicht verständlich geschrieben sind. Heute findet man sie nicht mehr so oft, aber früher waren Volkskalender eine Möglichkeit, das wachsende Lesebedürfnis zu befriedigen. Nicht jeder konnte sich Bücher leisten. Sie entstanden im 16. Jahrhundert und waren weit verbreitet, bis ins 17., 18. und 19. Jahrhundert und es handelt sich dabei um eine Textsorte. Punkt Nummer 2. Ursprung des Namens Kalendergeschichten. Die Geschichten, die extra für Kalender geschrieben wurden. Sie standen meistens auf der Rückseite der Kalender, waren also auch nicht so lang, denn sie mussten ja auf eine Seite passen. Sie waren für das einfache Volk geschrieben. Eine typische Kalendergeschichte ist beispielsweise der geheilte Patient von Johann Peter Hebel. Es geht dabei um die Krankheiten der reichen Leute. Punkt Nummer 3. Themen von Kalendergeschichten. Bei Kalendergeschichten ging es meistens um das Leben, den Tod, die Liebe oder auch das Altern. Es gibt Krankheiten, die nicht in der Luft stecken, sondern in den vollen Schüsseln und Gläsern und in den weichen Sesseln und seidenen Betten, wie jener reichen Amsterdamer ein Wort davon reden kann. Das ist zum Beispiel ein Auszug aus einer Kalendergeschichte. Punkt Nummer 4. Sprache und Stil. Wir haben schon gehört, es ist eher für die einfachen Leute gewesen. Die Sprache ist bei den Kalendergeschichten also eher schlicht. Gemessen an der Sprache der Zeit natürlich. Sie will unterhalten und belehren. Zum Beispiel so. Davon bekam er zuletzt einen dicken Leib, der so unbeholfen war wie ein Sack. Essen und Schlaf wollten ihm nimmer schmecken und er war lange Zeit, wie es manchmal geht, nicht recht gesund und nicht recht krank. Wenn man aber ihn selber hörte, so hatte er 365 Krankheiten, nämlich alle Tage eine andere. Außer Geschichten enthielten die Kalender oft auch Witze, Wetterregeln oder Lebensweisheiten. Punkt Nummer 5. Das Erzählziel oder die Absicht. In erster Linie sollten die Geschichten unterhalten und auch belehren. Die Leserinnen sollten etwas daraus lernen. Die Geschichten regten zum Lachen, aber auch zum Nachdenken an. Der Arzt merkte bald, was ihm fehlte, nämlich nicht die Arznei, sondern Mäßigkeit und Bewegung und sagte, wart, dich will ich bald kuriert haben. Kalendergeschichten eignen sich auch zum Vorlesen. Und Punkt Nummer 6. Das Ende der Geschichten. Kalendergeschichten, die endeten meistens mit einer Pointe oder mit einem Witz oder einer Lebensweisheit. Weißt du noch, was eine Pointe ist? Aber der reiche Fremdling sagte, Herr Doktor, ihr seid ein feiner Kauz und ich verstehe euch wohl und hat nachher dem Rat gefolgt und 87 Jahre, vier Monate, zehn Tage gelebt wie ein Fisch im Wasser so gesund und hat alle Neujahr dem Arzt 20 Dublonen zum Gruß geschickt. Eine Pointe ist ein überraschender Schluss. Und eine Moral ist eine Lehre. Hier geht es darum, gesund zu leben, nämlich nicht so viel zu essen. Und Punkt Nummer 7 ist jetzt nochmal die Zusammenfassung der wichtigsten Merkmale von Kalendergeschichten. Sie sind kurz, keine Gedichte, Prosa. Es gibt sie seit dem 16. Jahrhundert auf Kalendern gedruckt. Schlichte, einfache Sprache, leicht verständlich, unterhaltsam und besinnlich. Und sie enden mit einer Pointe oder mit einer Lebensweisheit. Hier ist nochmal eine andere Kalendergeschichte, der Fromme Rat von 1815. Wenn du sie lesen willst, drücke die Pause-Taste. Ansonsten schaue dir das Video einfach nochmal von vorne an. Es ist von lernförderung.de und wenn es dir gefallen hat, gib uns ein Like, schreibe etwas in die Kommentare und abonniere natürlich unseren Kanal. Viel Spaß beim Lernen!